Was ist denn so für ein Arsch, ey? Uah, im Wasser abgenommen, die Sau! Potenzieller Kollaps-Effekt! Jeder sollte sich in die angegebene Sicherheitszone begeben. Klär du das nicht? Ich hab keine Waffe. Ich denk schon. Gott, was schätzt sie mir? Er holt Katamed hoch. Ja? Einfach gerade durchs Loch, gerade durch. Achter, komm! Ja, direkt von mir, komm! Hinter dir, direkt hoch! Der liegt auch von hinten! Ui! Komm, 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 komm! Ja! Poliz hoch! Was? Hier war er. Äh, kennt ihr mich auch? Ich fliege da unten, hallo! Ja, warte, das war ein Sniper irgendwo, oder? Das bringt nicht viel. Nee. Wichser. Ja, nach vorne finde ich doch hier. Ja, 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 hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Warte, ich schieße nur1205mar Warte, mache ich, hab ich nicht. Scheiße. Jaaaaa. Ja moin. Einen habe ich, da ist links reingesprungen Richie, da ist links reingesprungen. Oh, ich bin nicht auf die Schlüssel geschnallt von da vorne. Ja. 300. Einen. Weisen 300. Ja, ja, ja. Ach nein. Du hast gerade einen zu Richie reinlaufen lassen, ne? Hey! Ah, das ist... Loll! Richie, das Ding ist, Fähigkeit eingegeben. Schön. Fähigkeit. Was ist das? Ich dachte es ist der Felix. Töte dir das Blutengehen, na... Okay, da hast du halt gesehen, ja. Oh! Hey, hör mal voll! Wir gehen zur angezeigten Sicherheitszone! Eilung, Eilung, Eilung! Er kommt! Er ist in der Hütte drin. Ja, ja. du brauchst heilung dann machen wir der typ eben einfach ein buchstern drei leute weiterer kollaps erwartet die sicherheitszone auf jetzt haben sie mich gesehen ich werde wieder runter gehen einfach runter die werden auch angegriffen ich wills gut hoffen er liegt ein an den kannst du finischen denn hast du schon mal die andere machen links abscheiden links abscheiden wo noch einer kommt pass auf habe ich woher war noch einer ja ja weiter hinten am baum einer liegt nur im gestrub da jetzt weiter 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 ich bin gedauert bin gedauert ja die sind ja einer da unten da ist noch einer auf dem quad nur noch der liegt dort hinten am quad wir fassene zu dem zu den zwei quads und jetzt sind hundert hundert pusht ihn er hebt seinen mäd auf sind auch nur gefinisht da fehlen noch welche drüben ja beim felsen das abhauen das abhauen die sollten wir nicht challenge die hunde sind da passt nicht nicht noch einer in der push komm hier in die füge ich bin schnitt ich bin schnitt ist das dauer habt ihr angegriffen ja ja ich bin einmal getroffen einer ist dauer einer ist dauer äh hände du bist sehr eingekettet von den gegnern hinter dir ich bin mir einer ist gedauern einer ist dauer warte mal warte mal warte mal siehst du den linken noch ne ne mehr ich sehe keinen mehr einer ist dauer einer ist dauer oh henne oh ich hab mich selber gekillt ach du vollidiot komm lass alles alles das läuft einfach so für'n Arsch ja wow im Wasser abgenommen die Sau geh landet hier oben und fang die ab landet hier oben und fang die ab nein nein ich hab kack Wappen und da fragt man doch zuhne die Musik RAKETE RAKETE aussteigen aussteigen ich dachte auch noch so weil heute nicht irgendwie das piepen die das piep ist da typ sich einfach hier oder ah da am baum ist er du kleiner Drecke hier will er sich hier mit dem Schwertfischmeister anlegen ne wo ist jetzt der mit dem Quad hier hin nach da unten oh oh nice danke Bro du hast mir echt das Leben gerettet hier von hinten ich brauche halt wirklich eine Sniper oder irgendwas oder oder und sowas seid echt nur dort in dem Auto ne ja moin ich bin ich bin ich bin ah aha wo ist das 10 oh so ich bin ich bin es ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin Nice Wo ist denn da jetzt hin, der Pflaumenpflücker? Mach's gut, mein Freund Warte, die kommen jetzt über die Brücke, die müssen kommen Den habe ich der Weste zerballert Ja, ja, fall mal die Brücke entlang und dann lies Ja Auf der Wiese Oh scheiße, ich glaube, so weit geht das Ding Toll, ist kaputt gegangen Einer down Zweiter down Ist nur noch der eine hier vorne Ach, chill Ist nur noch der, ja Beiden anderen habe ich Oh, faced Faced, Hopfi, abgeschlossen Ja, den, den, den habe ich gekült Von hinten, von hinten Oh, die ist noch, hier sind welche Genau aus Norden Jo, habe ich Schleichen Hier ist ein Schild Ach, die wird Ist sie Hinten, duck dich, duck dich, duck dich Ja, ja, ja Warte mal, bleib mal stehen, dort stehen Hinter dem Felsen, da hinten, bei Westen Also Südwesten Hinter dem Felsen ist er Felix Ja Ich hoffe, deine Kranade da raus Der muss kommen, der muss kommen Alter, da drüben Ja Siehst du den, Felix? Ja Hol den Win, hol den Win, Jungs Komm Wo genau ist der? Keine Weste mehr Jawohl Jawohl Bam Faced, Hopfi ist da Ha